Heute darf ich euch den Juwel 7 Vierscher Volltreppflug im Feldeinsatz genauer vorstellen. Der Juwel 7 ist der gängigste Anbautreppflug, den wir im Programm haben. Wir haben einen sehr robusten Rahmen, einen Anbaubuck mit einem 100 mm Drehwerk, sowie eine Rahmenrohr, 120 x 120, 10 mm stark. Das Highlight der Leimkampflüge ist das Einstellzentrum. Hier ein Rahmen-Einschwenkzylinder mit Begrenzung für die Erstkörperschnittbreite. Auf der inneren Seite ist die Zugpunktspendel. Durch die Grafik am Flug ist einfache Einstellung möglich. Weiters haben wir ein Pendeltastrad für optimale Tiefenführung, sehr einfach einstellbar. Und als Abschluss haben wir noch das Scheibensechen in gezeigter Ausführung für einen optimalen Furchenabschluss. Weiters verbaut ist eine hydraulische Schnittbreitenverstellung mit Anzeige. Der Juwel 7 hat einen Körperabstand von 100 cm, eine Rahmenhöhe von 80 cm und er hat den D50 Universal Pflugkörper verbaut. Weitere Eigenschaften vom D50 Körper sind die beste Furchenräumung. Er ist einsetzbar auf mittleren bis schweren Böden und auch für Hanglagen geeignet. Der D50 Pflugkörper überzeugt auch durch eine sehr gute Krümelung. Ja, die Lemken Pflüge sind bei uns ganzjährig prompt verfügbar auf Lager. Und wenn ihr Interesse an den Maschinen habt, meldet euch bei uns, nehmt mit uns Kontakt auf. Wir freuen sich. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020